Und was hast du denn gemacht? Schock, war Harun. Ich hab'n Schussbaum gefunden. Ah ne, da ist... Ah, nicht hier. Du hast'n Hasen? Doch, Mann. Wo ist der Hase? Wo? Sascha. Sicher, dass du an der Mauer bauen willst? Ja. Weil wenn dort ein Mutant kommt und den Baum kaputt macht, ist dein Haus kaputt. Aber da ist aber, 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 okay. Wir warnen die Schnurmel vor, weil der Baum zwischen mir und Clay sei im Haus. Da war auch ne Plattform dran. Ja, als die Mutanten kamen, ist die Plattform weg gewesen. Das wäre jetzt die Frage, ob ein Baumhaus sinnvoll wäre. Was ist hier... Na, okay, bei dem nicht. Ja, irgendwer hat ja hier... Ach der... Der steht doch wieder... Ich... Ich... An dem Baum kann der machen. Ja, hier neben dem Wasser. Ich weiß. Mal gucken, ob das geht. Direkt am Wasser passt. Weil da kommt ein Mutanten. Nicht einfach dann... Sascha, hier an dem Baum, wo ich's... Den ich dir jetzt markiert hab. Ja. Bei dem kannst du direkt bauen. Ja, direkt am Wasser. Nice. Und in welcher Kategorie findest du den Baumhaus? Und dann... Freies bauen. Erhöht. Erhöht. Erhöhtes bauen. Ja, freies bauen und dann erhöht. Okay. Ich besorg mal ein bisschen Fisch. Mach das. Ich hab genug. Ne, ich... Häng das einfach auf, falls mal lieber er Hunger hat. Ich trockne mir mein Essen auch im Haus. Ey, da alles Trockner. Ey, ist... Gesundheit. Ne, der hustet. Oh, oh, mir wird kalt. Dann hast du keine Rüstung an. Oh, alles gut. Gibt's so keinen... Gibt's so... Oh, okay. Also, eins muss man euch lassen. Ihr habt das Lager voll echt gut platziert. Warum? Beziehungsweise die Bänke drumherum. Wenn man sich auf eine der Bänke drumherum... Wenn man sich auf eine der Bänke drumherum... drauf auf... Also, ich weiß... Ob das für alle gilt. Ich... Aber auf ein... Ich hab mich auf eine Bank drauf gesetzt. Was passiert erst mal? Ich brenn erst... Ich fang erst mal an zu brennen. Ja, dann... Red mit dem, der sie gesetzt hat. Ich glaub, das war Clay. Geht tags erst raus. Ich weiß auf jeden Fall, auf welch ich mich nicht... Hilfe? Was ist denn los, Sascha? Ach, nur... Ähm... Ich hab Freunde gefunden. Dann töte sie. Ach was? Ich kann doch meine Freunde nicht töten! Immer noch nicht. Also, ich sag mal so... Die Späuse töten... Und die wollen dir... Ähm... Tennisbälle in den Leib stecken. Pet, ey. Schnelltür abschließen! Schnell! Das... Und lässt du den jetzt echt da unten alleine? Nee, er kann hochkommen, nur ich will... Reinkommen! Oh, Sascha! Ja, ich komm mal, 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 ich komm mal. Seil los! So, erstes Tod. Gut, die Knochen sind auf jeden Fall meine. Ich bin kein Biss-Knatt, äh... Ich bin kein Biss-Knapp- Biss-Knapp-Knochen-Rüstung einer. Ach! Schau mal, dass das Kino ist. Oh Arschloch! Wer hält denn die ein? Gut, Nummer 3 ist tot und Nummer 4 haut ab. So eine Feiglinge. Ihr könnt wieder rauskommen. Okay. Einfach mit Ecke öffnen. Cyboard, du fängst schön an zu lecken. Ja, ich lege nur Cyboard. Okay Leute, ich habe es verdient. Was war denn los? Ich bin... ...gestorben. Hä? Hä? Wo ist denn die andere... Ach hier liegt die andere Tore. Komm mit kleine Schlampilein. Ab nach Spandau mit der... Ab nach Spandau mit der Hohre. Äh... Wo kommen die... So, raus aus meinem Haus, meine Frau. Ui. Ich muss aus meinem Hasenkäfig zu Ende bauen, damit ich meinen Hasen einsperren kann. So, äh... Ne, ich habe es verdient. Ähm... Dümmster Mensch... ...bekannte zu werden, weil ich... ...durch... ...eine Tür laufen wollte. Und den Kopf eingehauen hat. Und den Kopf eingehauen hat. Vielleicht eine... ...sicherheit. Ich habe den Kopf leicht gestoßen, ja? Es regnet! Ja, Tyrox... ...passiert jedemmal. Nimm's nicht so tragisch. Das ist jetzt... Ach, ich brauche euch. Das ist jetzt... Aber... Das ist jetzt... Aber nicht mehr so das... Äh... Hüldo. Mh, so. Erstmaß, meine. So, ganz ungewöhnlich. Cybot, bau bitte an deinem Haus weiter. Ich... Ich... Los, Cybot! ... Ach... Was hat denn der da für ein? Hä? Das ist mein Paumhaus. Ja... Ähm... Was... Ähm... Jetzt bekomme ich Angst. Warum? Jetzt... Warum bekommst du Angst? So, kombinieren... Ähm... Verbesserter Stär... Drei Knochen... ... ... ... und zwei Stoff. So, und jetzt noch etwas Alkohol dabei. Alkohol und Stoff. So. Ja, jetzt sind wir schon wieder falsch rum. Mein Lieber. Ah, wie geht's? Oh ja. Oh ja. Ja. Ich... Ähm... Ich auch. Geht wieder los. Oh Gott, ich brauch was. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Seibert brennt schon wieder. Ähm... Kann ich? Äh... Hier... Äh... Kannst du was? Warte, hier... Hier war ein Bein. Gut. Ähm... Was? War hier noch ein Bein? Ja, hier ist auch ein Bein. Bei... Bei Clay hängen Beine dran. Ah, da ist ein Bein. Ach, ich kann das nicht mehr ausleben. Scheiße. Ähm... Fisch hier. Ja. Kopf brauch ich nicht. Fuß. Fleisch. Ja. Komm, hier ist noch ein Fuß. Fuß ist lecker. Was bitte? Och. Ich hab echt, äh... Ding. Oh, hier. So, wenn Melvin wieder da ist, werden wir uns mal auf den Weg zur Höhle machen. Boah. Für die Kettensäge. Scheiße, jetzt brenne ich wieder. Leute, macht Platz. Nö. Mach Platz, Leute. Oh. Boah. So, jetzt ist es auch nicht schön. Boah. Neee. Leibig, setzt dich erstmal falsch rum. Nein, hopp. Sehr. Was haben wir... Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Nichts? Nichts? Neee. Ja, Sascha, ich bereite dir eine Kohlina... äh... Kohlinesse... oder wie das jetzt so. Mmmh, Bein. Bein hab ich am liebsten. Vor allem Eis gekühlt. Oh, jetzt hab ich Bock auf Eisbein. Ha, ha, ha. Oh, Quatsch. Ja komm, der war besser als die Alexa... äh... Alexa sitzt da nochmal. Ja, es ist... ähm... Es ist wahr. Es ist wahr, ja. Ich versteh einfach gar nichts. Wann weiß ich wann es durch ist? Äh, wenn du es essen kannst. Wenn ich auf E trinken kann, ne? Genau. Wenn er halt so ein... 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 so ein Kuchenartiges Dings da ist. So ein Halbkuchen, ne? Also wo du so ein Stück raus oder so ein Pac-Man? Ja, so ein Pac-Man. Genau. Was denn, Cyboard? Das ist gut Metall. Ich über den Bauern und alle. Also... Es tut uns� next, Cyboard. Ne, das Geile war grad, Cyboard tut grad sein Stopplager vollmachen und nicht klau dem inst metabolic das Stöcke raus. Was? Was? Moins? Warte mal, du hattest doch welche drin haben Hehehe Hehehe Hä? Lack hier nicht grad Ach, Cybot, ich brauch auch noch hier Stock, ne? Doch, ein Stück Also, du kannst gerne was für mich farben Ach, ja Eik, du hast so viele Baumstämme Wo ist denn jetzt? Ach ne, da steht noch Eik, dein geheimes Baumstamm Ne, das waren die, die von dem Baum hier äh, wo der Ausguck drauf war wir sind Ähm, da Deswegen baue ich mit dem den Ausguck wieder neu auf Ach Halt Ich hab zwar kein fertiges Haus, aber ich hab ne Tür, ja Das ist schon mal So, das muss ich mir jetzt angucken Mit deiner Tür Das ist schon mal ne Ne, die Tür Äh, erstens Die ist komplett falsch rum, weil der Schließmechanismus kommt rein und zweitens, ich hab dir gesagt, welche Wand du nutzen sollst Was für ne Wand? Nicht diese Nicht diese? Willst du mich verarschen? Nein Na ja, also Ich zeig dir gleich welche du nutzen solltest Ähm Tyrox, diese solltest du nutzen Dann hättest du ideal die Mitte der Treppe treffen können Nein Nein, ich... Jetzt nur hast du das Problem Jetzt darfst du hier nochmal, ähm Ein Dings hinbauen und ne Treppe, damit das ordentlich aussieht Wär es sein, du würdest das so lassen Du bist ja so ein Chaot Äh Das kennst du nie, Joni Das ist moderne Kunst, ja, das ist äh Ich liebe meine Bauern Ich liebe meine Bauern Dauer 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 nicht, Punkt Hier Geh mal Holz voll Ähm Ja, Melvin sollte sich eigentlich mal beeilen, damit wir in die Höhle können Wegen, äh, Dings hier, ne? Wegen der Kettensäge Wo ist jetzt der Sascha hin? Genau Ähm, ich wollte Holz bringen, den Baumhaus bringen Ja, warte mal kurz Kriegst du von mir was Hier kommt ein Fundament oder so Wie heißt das? Ich hatte das Tor aufgemacht Ähm, einmal das, einmal das, einmal das Nimmst du die da? Eigenes Fundament Hm, Plattform Oder? Die ist nämlich effektiver Die anderen zwei blablabächtste hast du ja noch nie Nee Welche Axt hast du? Er hat jetzt die Steinachs von mir bekommen, die modernen Axt hat er nicht und die verbesserte Axt hat ja gar keiner von uns. Ja. Ähm, außer nein. Aber, ich guck mal ob ich das hinkriege. Hier hinten ist ein Hohlraum. Ich komm dir gleich mal ein bisschen helfen. Nice. Ist ja nicht so, dass ich ein unsozialer Mensch bin. Aber erschreck dich bitte nicht, okay? Warum hast du denn die Kettensäge? Geh mal weg. Stimmt, warte mal. Warum hat Aik die Kettensäge und ich nicht? Ich hab keine. Äh. Geht das jetzt? Oh shit, jetzt hab ich dich wieder wieder geschmissen. Wo ist es? Da. Egal. Ich weiß, kann man zwei auf einmal aufnehmen, ne? Zweimal, äh, ja, zwei Stück auf einmal. Okay, dann gehst du zu meinem Baum hoch. So, warte. Eigener Boden oder so, ne? Wie, wie, hier. Wohin ging das? Ja, gut, das ging. Ja, gut, das ging. Cool. Ich kann eigentlich diesen Wagen nutzen. Ich bin hier rum. Ja, da passen zwölf Holzstämme drauf. Mein Gott. Das würde schneller gehen. Das Melkfeld ist da. Ja. Bis zum nächsten Mal.